Hallo Leute und willkommen zurück zu The Wolf Among Us. Ja, wir haben vom Ende der letzten Episode 1 gesehen, wie auch noch Snow White's Kopf vor dem Hotel lag. Und, oder ist das ein Hotel? Ich weiß gar nicht, was das genau ist. Doch, ich glaube, es ist ein Hotel. Und das ist ziemlich heftig, weil ich glaube, Wolf sie echt mochte. Und das ist jetzt dann schon die zweite Fabelwesenfrau. Ich würde sagen, wir legen direkt mit Episode 2 los, dass wir wissen, wie die Ermittlungen weiter voranschreiten. Und mal gucken, ob wir den Täter dann mal langsam fassen oder zumindest mal auf eine richtige Spur kommen, wer es denn eigentlich sein könnte, der da diese grausamen Taten verübt. Episode 2 starten. Schall und Rauch. Mr. Toad. Do something, Bigby. Before he completely tears up the place. Whoa, 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 hey, hey! You've got something on your face. Fuck are you talking about, you stupid cunt? You're not as bad as everyone says you are. Please, Bigby. Promise me you won't tell Beast you saw me. It's not what you might be thinking. Have you seen my wife? Have you seen Beauty? Nope. I haven't seen her. Come with me. Don't interrupt me, Miss Snow. You asked me a question. Don't change the subject. You are to plead for this unpleasantness, Miss Snow. I'm D. He's dumb. But he said if would have this ever got back to him, if he ever thought you knew, or Miss White, he'd come back and kill one. I'm looking for the woods, man. Well, he's not here. Holly, you're out of paper towels, and they're going to string me up, Bigby. Like you said, it looks fucking bad. It looks really bad, but I didn't do it. All right. I got a hundred bucks for the first bloke that can tell me something about a girl name. Fuck, man! This fucking lapdog. He'd come sniffing around this park now. Rich fucks in the woods need a shakedown. In that right, Bigby car. Now things are worse off than they've ever been. Well, that's not true. Right. We've had it worse, but not by much. We've had it worse, but not by much. Mr. Wolfe! Upper West Side Bezirk, am Nachmittag darauf. If you just cooperate and answer the questions, you can go home. Maybe get some sleep. How are you feeling? I know it's been a long night for you. I know it's been a long night for you. You look like you could get some rust. I'll be better when I find who did this. Which I can't do while sitting in here. We all want the same thing here, Bigby. Look. I know what you must be going through. Really, I do. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich glaube nicht, dass Sie das verstehen. Sie wissen nicht, wer es getan hat. You don't know anything. If you did, you wouldn't be sitting here talking to me. You'd be talking to the piece of shit that did this. Well, you stonewalling me like this isn't helping either of us. So why don't you cut the shit and... I'm trying to help you, Bigby. What is it with you cops? Oh, he's trying to empathize with people. I know this must be hard for you. Do you? Do you fucking know? Have you had a friend killed and their head left at your fucking doorstep? No? Didn't think so. Oh, er sieht auch echt schlimm aus. Sieht echt mitgenommen aus. Sind Sie okay? Da ist noch mehr. Sie sehen verrückt aus. Sind Sie okay? Sind Sie okay? Was ist denn nun los? Was hat sie denn? I'm sorry. Whoa. Just make it stop. Please. Hm? War das ein Geist oder was? Was hast du mit ihr gemacht? Wann bist du hier? Was geht hier vor sich? Was ist denn los? Du solltest mich bedanken. Es ist nur ein Memoriaspum-Spell. Sehr günstig. Aber es funktioniert. Die ganze Station wird die letzten 24 Stunden vergessen. Und alles, was sie in den Waldern gesehen haben. Well, hurry up. Dann würde ich die Zigarette ja nicht gerade da jetzt reintun. Dass man das vielleicht noch irgendwie mit Speichel oder so zurückverfolgen kann, dass da jemand gesessen hat. Aber okay. Okay. Danke fürs mit Ihnen. Danke fürs rausholen. Das ändert aber gar nichts. Öh. Äh. Danke fürs rausholen. Er hat einen Bruder. Er arbeitet für jemanden. Nicht Jess Crane. Er hat einen Bruder. Er arbeitet für jemanden. Ist ja auch das, was ich denke. Aber ich sag mal, er hat einen Bruder. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die da verwickelt sind. Aber für wen sie arbeiten, weiß ich nicht. Es war eine volle Nacht und eine Slicke am Morgen. Und ich vermisse sie auch. Aber sie hat ja nicht gerne mit ihm zusammengearbeitet. Aber ob wir das so sagen sollten. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Es bringt uns nicht weiter. Du kümmerst dich nicht wirklich. Es ist schwierig. Ich glaube, das ist wirklich passiert. Sie sagte mir, ich solle vorsichtig sein. Sie wollte etwas ändern. Sie war von dir frustriert. Ich solle vorsichtig sein. Ich hätte jetzt doch auch gerne das Thema angesprochen, aber egal. Die Woodland Luxus Apartments. Nachmittag. Das ist nicht eine sehr gute Antwort, ist es? Komm schon. Sag mir, was ich jetzt wissen will. Es wird Dinge für dich viel weniger schmerzvoll machen. In Theorie. Oh, were you planning on using that? I just thought you really liked rubbing your little sword. What the hell do you think you're doing? Hello, Ichabod. Sheriff. Bluebeard. I was just chatting with our new friend. You were supposed to wait for us to get back. I told you, if you want to be involved, you will do things my way. No violence. Whatever you say, Ichabod. Hello, Big B. I want answers, Dee. Oh, goody. I thought you wanted questions, and I was having so much trouble thinking of any good ones. Though I'd settled on, how's your head? You see what I've been dealing with? What are you going to do about this, Big B? Shh. Do you think this is a joke? Snow White is dead. Look, I didn't kill anyone. And I'm supposed to just believe you. You were with me when it happened, dummy. I still have questions for you, Dee. Wer ist dein Boss? Was bist du im Schilde? Warum warst du bei Todd? Warum warst du bei Faith? Uh, schwierig, schwierig. Ähm, warum warst du bei Faith? You know I saw you at Faith's apartment. What were you doing there? Girls got air conditioning. You can't imagine what it's like living in a little shithole with no air. Especially with this heat wave going on. All right, Dee. Let's get to know each other. Ja. Ist dann so, ne? Nochmal Fragen jetzt hier. This is getting old very quickly. Ach so. Zeige, dass Dee das Foto... Ich zeige ihm das mal. Fuck, Big B. Don't make me look at that. Just put that away. So könnte es auch dir ergehen. Snow wurde ermordet. Snow wurde ermordet, Dee. Sie war... ...important... ...to me. If you know who did this, you have to tell me. I don't know who to tell you. You're barking up the wrong tree. I don't know who did it. Just tell me what you were doing at Faith's apartment. Look, Big B. We're not on opposite sides here. My brother and I are trying to get to the bottom of things. Same as you. Your brother? Where was he last night? I can't say. He could have been anywhere. Take your best guess. He didn't do it, if that's what you're thinking. Then where is he? No. I'm not sending you after my brother. Look, I answered your question. Can I get my stuff back now? What did you find on him? Oh, nothing of consequence really. Mm-hmm. Zigaretten und was? Die Zigarre? Was ist das für Geld? We can. Steck das Geld an. Äh, lege das Geld zurück. Und dann wird er also sauer. Wahrscheinlich ist es für etwas sehr, sehr Wichtiges. Und das wird ihm überhaupt nicht gefallen, wenn ich das jetzt einstecke. Alleine schon, ja, um ihm das zu zeigen, ne? Was war das mit Faith? Was wolltest du finden? Wolltest du Faith finden? Ja. Dann, äh, wird's wohl leider wieder Zeit. Was ist das hier? Also kann man, was ist denn, was kann man nicht wie die Fesseln lösen? Riemen benutzen. Oder ist auch fies. Äh, schlagen wir ihn nochmal, oder? Ja. Tun wir doch. Deswegen hast du sie umgebracht? Hat sie dich bestohlen? Was hat sie gestohlen? Ja. Ja. Ja, genau. Was haben wir dann hier? Blasen im Rauchenskett. Drücke die Zigarette auf die aus. Bitte die die Zigarette an. Oh, ist das gemein. Ich blase ihm das Zeug mal ins Gesicht, weil das auf ihm ausdrücken will ich auch nicht und ihm anbieten irgendwie auch nicht. Was hast du planen zu tun, genau? Schlagkranz Schlagkranz Du hast sie direkt behandelt. Hä? Was? Was? Episode 2. Schall und Rauch. Es ist außer Zorn. Ich dachte, du wärst tot. Wieso lebt sie auf einmal und alles? Warum? Was? Wo zur Hölle warst du? Du hast uns wirklich einen Schreckengang. Wie kann es sein, dass du am Leben bist? Wo zur Hölle warst du? Ich hätte da sein sollen. Ich bin froh, dass du dich darum gekümmert hast. Das ist nicht deine Aufgabe. Äh, 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 das ist nicht deine Aufgabe? Ich sollte mit T-Jeren, bist du okay? Ich bin froh, dass du am Leben bist. Bist du okay? Ja, aber weiß sie das denn jetzt mit dem Kopf, oder? Weiß sie denn, dass sich alle Sorgen machen? Du musst vorsichtig sein. Ich denke nicht, dass es um dich geht. Das ist nicht deine Schuld. Du musst vorsichtig sein. Ich werde es herausfinden. Du solltest dich unauffällig verhalten. Wir machen weiter. Ich werde es herausfinden. Es ist zu gefährlich. Ich bin der Sheriff, so habe ich das nicht gemeint. Ich werde es zu gefährlich sein. Ich werde es zu gefährlich sein. Es ist zu gefährlich. Es ist zu gefährlich? Bigby, ich... Ich werde nicht mehr sein, eine Errengurl für Crane zu sein. Ich möchte nur, dass du bemerkst. Ich habe fast verloren. Ich bin nicht deinig zu verlieren. Ich bin sorry. Ich selbst? Damit werde ich fertig. Was? Ich selbst? Ich selbst. Ich selbst. Genau. Fable Town, Verwaltungsbüro. Das Woodland-Gebäude. Später Nachmittag. TJ ist da oben. Ich weiß nicht, ob du ihn erst zu sprechen möchtest oder später. Aber lass mich wissen, wann du bereit bist, um das Körper zu sehen. Ich... Ich will da sein. Bufkin, hast du einen Moment? Natürlich, Frau Snow. Okay, Leute. Echt krass. Ich meine, Snow lebt noch. Und anscheinend hat dieser Glimmer dazu geführt, dass jemand anderes, äh, ja, gestorben ist. Oder ist es eine komplette Tarnung? Also... Jemandes Kopf liegt da und sah halt aus wie Snows. Aber eigentlich lebt sie noch. Oh, Gott sei Dank. Unsere Snow lebt also noch. Echt fieser Trick. Aber da kommt man ja auch nicht drauf. Vor allem, weil man von diesem Glimmer irgendwie noch nicht so viel erfahren hat. Aber es ist anscheinend so eine Art Tarnzauber. Und als nächstes werden wir dann mit Todd und TJ mal reden und uns hier nochmal umschauen. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Untertitelung des ZDF, 2020